Lifehite – immer eine Idee besser. Mit dem revolutionären Bügeltisch Lifehite Airboard. Die einzigartige Thermoreflekt-Technologie ist ideal für alle, die viel Bügelwäsche haben. Mit dem Lifehite Airboard bügeln Sie bis zu 33% leichter und viel schneller. Bei bestem Bügelergebnis. Bei anderen Bügeltischen gehen Dampf und Hitze nach unten verloren. Nur der Lifehite Airboard besitzt die einzigartige Thermoreflekt-Technologie. Dampf und Hitze werden reflektiert. Sie bügeln praktisch von oben und unten gleichzeitig. Und das Bügeleisen schwebt auf einem Dampf- und Hitzepolster spielend leicht über die Wäsche. So geht das Bügeln doppelt schnell und besonders gründlich. Auch das lästige Hemdenbügeln geht schneller und leichter durch die spezielle Schulterpassform. Bei großen Wäschestücken sparen Sie zusätzlich besonders viel Zeit und Kraft durch die extra große Fläche und die abgerundeten Kanten. Für das Bügeln im Sitzen hat der Airboard ein ergonomisches Untergestell für viel Beinfreiheit und eine praktische Höhenverstellung. Die Ablagen für Bügeleisen oder Dampfstationen können Sie dort anklemmen, wo es für Ihre Arbeit am leichtesten ist. Und trotz seiner Größe ist der Airboard ein Leichtgewicht. Lifehite Airboard mit Thermoreflekt-Technologie. So schnell und leicht kann bügeln sein. Lifehite. Immer eine Idee besser.